Ich hab's geschafft. Frag mich nicht wie. Ich hab keine Ahnung. Oho, ich hab die Macht. Fick dich, Macht. Oho, noch ein Schlüssel. So, und hier haben wir natürlich keinen Schnabel, hab ich recht. Die Tate will mir etwas sagen, aber ich verstehe sie nicht. Denn dir fehlt der Schnabel. Ja, nee, ist klar. Ich werde jetzt hier keinen einzigen Schlüssel mehr verbrauchen. Aua. Fick deine Mutter. Du hast einen Schnabel aus dem Stein gefunden. Bla, 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 zugehörigen Stator. Äh. Aha. So, hier. Über die großen Löcher musst du mit viel Anlauf springen. Jetzt sag's nicht, jetzt kommt's dir wieder was wie Oracle of Seasons. Oh, nee. Oh, nee. Okay, ich hab irgendwie gerade keine Ahnung, worein ich jetzt gehen soll. Aber wisst ihr, wat? Wozu gibt es Safe-States? Ja, nach der Aktion grad hab ich echt keinen Bock mehr. Ach, nö, nö. Ach, nö, nö. Ah. Okay. Herz! Ah. So. Hier nicht mindestens ein Herz drunter ist, ne? Toll, Bomben! What the fuck? Aua! Aua! Äh. Äh. Ich witte, wir brauchen Bomben. Hey, guck mal hier! Happa, happa! Äh. Hier, happa, happa! Es. Es. Es! Es! Es. No, der egg ist ventilation. Ah! Äh, ah! Friess oder stirb! Okay, ich hab keine Bomben mehr. Nicht gut! Hm. Toll. Jetzt sag nicht hier, ich kann hier das wieder alles auffüllen mit einer Bombe. Ihr wollt mich doch alle verkackt eiern hier. Ich habe die Macht! Mal wieder. Ey, lass mich in Ruhe! Drei, zwei, eins. Ah, lass mich in Ruhe! Drei, zwei, eins. Lass mich in Ruhe, bitte! Pop-Om! Aha! Fick dich! So. Wow, ich hab einen Kompass gefunden! Juhu! Ein akustisches Signal! Ja, toll! Och, nö, nö, nö! Nein! Drei, zwei, eins. Jetzt du! Drei, zwei, eins. Au! Äh, warte mal. Schlage mit dem Schwert auf die verräterische Wandstelle und achte auf das Geräusch. Hm, verräterische Wandstelle? Meinst du die hier? Hm, ich habe mal keine Bomben. Wenn ich doch Bomben hätte. Oh, lass mich los, ihr doofen Viecher! Ach, leck mich nochmal an. Arme Schlawette. Gebt mir Bomben! Oh, da ist ja eine Bombe! Eine fliegende Bombe. Bam! Au! So, was ist hier? Äh, hallo. Willst du die gepanzerte schwarze Kreatur zwingen? Gib mir explosives Futter. Ja, ne, ist klar! Äh, falsch. Keine Ahnung, wie viele Bomben ich jetzt hab. Zehn! Uh, uh, uh. So, also eben, was haben wir hier so? Oh, eine Kiste. Kann ich sagen, kommen wir nicht da vorbei. Wow, 50 Rubine. Sehr schön. Sehr schön. Und da kommt man hin, indem man dort was aufspringt. Hm. Okay. Gehen wir mal hier lang. Was? Wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Äh. Also ich hab ja nichts dagegen. Also. Ja, war ja klar. Ich feile wieder. Ich hab ja nichts dagegen, dass ich hier schon fertig bin. Aber. Wo ist der Sinn? Der Sinn hat sich verstanden. Geht doch. Was ist hiermit? Das ist aber ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn einfach umrennen. Umrennen. Hm. Oh, ja, 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 du besitzt die Pegasusstiefel. Schön. Aber es ist doch nur ein Schuh. Schöne Nike-Stiefel. Yeah. Bam. Ah. Cool. Schade. Hm. Du hast die Macht erhalten! Spürst du die Energie? Nein, da wurde ich doch gar nicht rein! Nein! Ich hab neues Item! Yeah! What the fuck?! Wow, wie der abgeht! Lass mich in Ruhe! Haha! Naja, Schlüssel! Und ich bin gleich tot! Aber egal! Hm... Ach ja, genau! Okay, jetzt können wir... Moment! Schade! Naja, egal! Ähm... 20 Bomben haben wir inzwischen sogar schon! Hihi! Yeah! Ah, Pegasus Stiefel! Coole Sache! Können wir bestimmt hier rüberspringen, ne? Oder warte mal kurz, können wir das vielleicht auch machen hier? So wie in Links Awaken... Ne, Links Awaken! Äh, Links Awaken! Also nochmal! Präziser! Natürlich nicht! Äh... Ach! Ach so, das ist nur so'n Shortcut! Okay, probieren wir das mal aus! Ähm... Springen... Laufen... Äh, wie soll ich das denn machen? Hm... Äh... Funktioniert hat es, aber ist auch schwierig! Ah! Du hast den großen Schlüssel erhalten! Du hast es jetzt geschafft! Yeah! Okay, es ging ein bisschen schnell! Ohoah... Warte mal, ich... warte... Ehm... Hehehehe! 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 Wait, so... Hehehe... grins doch nicht so gut mal wieder grinsen zwei zwei eins auf jeden fall ist hier ein weg ich bin tot noch mal Okay, dann hier durchrennen. Ach, Moment, am Anfang können wir doch eigentlich auch schon da durchrennen. Gehen wir mal zurück.